Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 geklappt mit dem Durchsetzen. Das war ja gar nicht meine Idee. Das wollte ich ja gar nicht. Also ich habe mich einfach nur gefreut, dass Terence Hill kommt. Und mir ist es ehrlich gesagt egal, wie die Brücke heißt, weil ich glaube, bei den meisten Leuten heißt die Terence Hill Brücke. Ich habe unten so ein Strandbuggy stehen und wenn uns das hier alles zu viel wird, habe ich den Plan, dass ich mit Terence Hill einfach davonfahre. Er weiß, wie man so ein Ding fährt. Bis zum nächsten Mal.